Hallo Leute seit Langen, sind wir mal wieder hier, beginnen wir hier mit dem Video, das hatten wir mal, das erste Video, wo ich mit meinem Kameramann das Bär gefilmt hatte, ich werde unten nochmal drin verlinken, ich beginne hier, weil ich jetzt beim Bär beginne wieder sauber zu machen, die Veränderung. Hier wo ich damals den Reifen rausgeholt habe, es fließt definitiv, aber es ist immer anständig, wir gucken mal wie es hier ist, ein Idiot, anders kann ich es nicht sagen, ein Idiot mäht jetzt noch Rasen. Was soll das? Man kann hier so ein bisschen den Wasserstand sehen, hier kommt ganz schön was an, das täuscht aber ein bisschen, weil da ziemlich viele Wurzeln, also lebende Wurzeln im Wasser sind. Dann hatten wir hier damals, wir haben jetzt ja einen Wasserstand genommen. Was sehen wir? Das ist glaube ich niedriger als im Sommer, wir sehen des Weiterens, dass weiter oben ein nasse Fleck ist, ich gehe davon aus, dieser nasse Fleck ist dadurch entstanden, dass wir gestern sauber gemacht hatten und daher ein höherer Durchfluss war. Der ist schon wieder, das kann man sich ja ausrechnen, da müssen natürlich die Mathematiker ran und die Physiker, also der Durchfluss ist ja wohl die Physik und das ausrechnen ist wohl die Mathematik. Kann man ja auch, wenn diese Menge da oben fehlt, das sind wahrscheinlich vier, fünf Zentimeter auf einer Breite von zwei Meter. Bei der Fließgeschwindigkeit von einem Meter an der Sekunde, nee, einem Meter fünf Sekunden, kann man ja mal rausrechnen, um wie viel das ist, was da an Wasser fehlt. So und wir gehen jetzt auf zum Bär. So angekommen. Gucken wir jetzt mal durchflusschen, wir merken sofort an der ruhigen Strömung am Rand, es ist weniger. Daran merken wir ja schon mal, am Rand ist ziemlich ruhige Strömung. Man merkt auch hier oben, viel langsamer. Jetzt gehen wir wieder mal. Das ist doch eine wunderbare Stelle. Okay, genau das Gleiche. Ich gehe davon aus, dass die Feuchtigkeit einfach vom Stand von gestern ist. Machen wir mal folgendes. Ein Stückchen hier rein. Das ist natürlich ziemlich schwierig, aber ein bisschen geht's, weil da ist ja... Da sehen wir, da ist die alte Flechte. Guckt jetzt hier... Fünf Millimeter raus. Man sieht, ach man sieht so ruhig, dass das hier, das ist nicht plus Feuchtigkeit, sondern das fehlt schon wieder. Fünf Zentimeter. Nur alleine von... Trotzdem, wie ich gestern sauber gemacht habe. Das Wasser fehlt. Also es fehlt noch mehr, weil man ja gar nicht genug Wasser durchlässt. Kann ich das auch hier noch mal ein bisschen beobachten? Dann gehen wir mal rüber. Lassen uns überraschenden. Falls jemand die Videos langweilig findet, ihr braucht sie nicht gucken. Trotzdem... Ich empfehle immer wieder, abonnieren, speichern, liken, speichern, liken natürlich. So, was merken wir sofort? Wow! Das werde ich noch mal fotografieren. So, und was wir hier wieder merken... Jetzt ist gar kein Wasserfluss mehr. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe, nur um zu diskutieren, was, warum, was, wie, weshalb ist. Gestern hatten wir auf jeden Fall hier so eine richtig große Bewegung. Da ist gar keine Bewegung mehr. Hier ist so glücklich keine Bewegung mehr. Jetzt geht's los. Ei, ei, ei. Gut. Messen wir mal die Fließgeschwindigkeit, wer das will, kann. So, los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, drei, zehn. Jetzt hören wir mal wieder den Wasserstand. Oberhalb. Hier ist die Fließtreppe. Was ist die größte Vorse? Das sehe ich nicht so ganz. Ich weiß, da kommen ein paar Blätter weniger durch. Aber hä? Da ist da so viel Stromflüssigkeit. So, die Leute sind noch nicht viel. So, gehen wir mal runter. Dann können wir hier den Wasserstand nehmen. Es ist frisch frei. Und am Duft merkt man, man sieht's ja auch, mh, lecker, leckerei. Da ist der Wasserstand. Ich verweise immer wieder aufs Video vom... Es sagt, vom Video war das im August. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht verlinkt es unten nochmal. Man sieht hier den Wasserstand, die ursprünglichen. Könnt ihr mal vergleichen mit August. So, ich habe jetzt einen netten Gespräch mit der guten Frau geführt, die mir geholfen hat. Ich habe jetzt eine Methode herausgefunden, herausgefunden, wie die Blätter durchmarschieren lassen kann. Ui, wenn ich wieder außerhalb abatmen kann. So, da drüben ist Bewegung. Hier ist Bewegung. Da kommt schon mehr raus. Und Blätterball angelang. So. Da ist wieder der Rückstau. Hier ist ein bisschen mehr Rückstau. Ja, also nicht Rückstau, sondern es ist ja ein Mini-Sog am Rand. Und hier läuft's. Die Schwindigkeit ist wieder höher. Ich mache aber noch weiter. Ich will euch aber erst noch was anderes zeigen. Die zieht sich gleich, nachdem ich das hier gezeigt habe. Dadurch, dass man das Gitter so nah an die Mauerwerk gesetzt hat, das sieht man da hinten wahrscheinlich noch, das heißt, viele Sachen sind rausgeholt, bleiben die Blätter dadurch hängen. Hätte man das hier hängen gemacht, gäbe es das Problem gar nicht in der Hülle. Dann würde jedes Blatt, was höher ist, als das Gitter rüber marschieren. Das Blatt, das Blatt, das Gitter könnte dann so doll verdichtet sein mit Blättern, dass trotzdem noch zumindest eine irgendwie tragbare Menge an Wasser noch durchkommen würde. Das ist also ein klassischer Fehlbau. So, jetzt zeige ich euch mal was. So, wir sehen ja diesen Graben. Schieben wir einfach mal lang. Was wir aber sehen, ihr seht das sicherlich schon. Ich weiß gar nicht, ob das hier sitzt. Ich glaube, hier ist das noch gar nicht so. Kann ich jetzt aber jetzt nicht beurteilen. Aber ich glaube schon, doch. Das Stampfen ist eine Frau, die hier gerade schockt. So, dieser Grabe ist normalerweise voller Wasser. Ne? Aber warte, nee, doch nicht. Der kann, wenn ich es falsch gesagt habe, dieser Bereich des Graben kann mit Wasser sein. Jetzt gehen wir aber bis vorne hin. So, jetzt gleich kommt die Stelle. So. Wenn ein halber wegen normales Wasserstand ist es hier Wasser. Ihr seht ja, die Blätter sind ja, so. Eigentlich bis zur Kante da, ne? Und der normaler Wasserstand ist, also halber wegen normaler. Ey! Ja, fantastisch. Also, wir fehlen noch ein paar Zentimeter Wasser. Aber was Sie hier sehen, ist meine Arbeit da oben. Ist das Wasser schon wieder rein. Soll ich noch ein Foto machen? Frage ans Umweltamt Kottbus. Frage indirekt ans Bundesumweltamt Brandenburger, Landesamt für Umwelt Brandenburg in Kottbus. Dadurch, dass ich jetzt die Kikowischer Wehr erst mal wieder ein bisschen frei gemacht habe, läuft in den Graben wieder Wasser rein, was hier normal entsteht. Also ist der Bereich des Grabens erst mal ich komme jetzt nicht auf den Namen, ich glaube, der Prall oder irgendwas heißt, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, halber wegen normal. Wenn es ganz normal ist, dann steht im Prinzip das Rohr da oben und ein bisschen das Anschlag. Meine Frage, da aufgrund des unzureichenden Bearbeiten der Gitter am Kikowischer Wehr in Branitz häufig sehr wenig Wasser hier durchkommt und auch häufig diese Graben ausrocknet. Frage, ob man den nicht in den nächsten vier Jahren den kompletten Bereich von hier bis dahinten auspagern könnte auf 50 Zentimeter ich gehe davon aus, dass man 50 Meter Abschnitte macht und die immer alle vier Jahre jedes Jahr ein, jedes Jahr ein eine dieser Abschnitte. Dann hat man den kompletten Bereich zu, vielleicht den hinten im Bereich gar nicht, den hinteren nur 50 Meter so als Abflachung können wir eine abgeflacht machen, um so damit den Wasserschwund hier den unterschiedlichen Wasserstand bis zur völligen Trockenheit entgegenzuwirken und so vielleicht Molche und andere und Vieben eine Möglichkeit geben zum Laichen. Danke für die Antwort. Nachtrag ich gehe so also ich habe falls ich es nicht im Video erwähnt habe also den kompletten Bereich um 50 Zentimeter vertiefen da es ja hier flacher wird könnte man hier also trotzdem alles machen 50 Zentimeter circa weil es ja trotzdem eine ansteigende Fläche hat wo es dann immer flacher wird auch wenn Wasser drin ist Danke Frage Frage ans Umweltamt Cottbus Frage ans Landesumweltamt Brandenburg Sitzhaft in Cottbus Wer ist für das was ich jetzt alles erwähne zuständig wer macht es gibt es darüber eine Dokumentation also wer ist zuständig für das Gitter sauber machen wer macht es wer ist zuständig für das Gitter sauber machen vor dem Brandenburg Park und macht es gibt es dort jeweils eine Dokumentation wer ist hierfür zuständig wer macht es hat das Landesamt Umwelt Sitzhaft Sitz in Cottbus meines Wissens Weisungsbeschubnis Weisungserlaubnis gegenüber den anderen Ämtern hat das Landesamt Cottbus Weisungserlaubnis gegenüber anderen Ämtern in Cottbus Was sehen wir genau Wir sehen durch meine Arbeit ist es jetzt schon hier ca. 2 cm wieder höher geworden Wir sind aber immer noch hier ist der Original bis hier hin müsstest das fehlt alles wahrscheinlich ist es früheren Zeiten noch weiter oben aber ihr seht es hier wo es am häufigsten war so kommt also erstmal wieder ein bisschen was durch habe ich auch da hinten beobachtet und ja das war es erstmal die anderen Bereiche fangen später und erneut Frage an Umweltamt Cottbus Landesamt für Umwelt Brandenburg ich weiß es ich hoffe es heißt Landesamt für Umwelt soll ich branden genau hier ist es viel flacher als da wenn man das tiefer gestalten würde gäbe es auch weniger Probleme mit dem Abschießen weiter weiter frage ich warum hier überhaupt ein Gitter davor ist warum ist das Gitter hier was zu einer schnelleren Verstopfung des Kanals führt und nicht hier Nächste Frage um das Oberflächenlaub fernzuhalten von den Gittern wäre es ganz einfach indem man hier einen Holzstab an der Oberfläche lässt die könnte man an den Baum bis hier hin dann wurde eigentlich alles Oberflächenlaub hier abmarschieren das ist genau das gleiche was man da bereits gemacht hat wo es meiner Ansicht gar kaum Sinn ergibt man könnte das gleiche auch um eine schnellere Verschlammung des Mühlgrabens da drüben zu verhindern genau das gleiche machen dass wirklich alle Blätter und alles was an Holz angeschwommen kommt an der Wasseroberfläche aufgehalten wird dann braucht man hier auch kein Gitter dazu möchte ich mal eine Stellungnahme haben danke sehr so jetzt haben wir das mal wieder ein bisschen so sauber gekriegt ich kann nicht ewig hier rumsitzen ich habe ich müsste gucken es war bestimmt eine Stunde keine Ahnung jetzt geht es wieder weiter zum Brainser Park das wird weiter gemacht ich arbeite ich arbeite ich arbeite mittlerweile bestimmt 20 Stunden in der Woche in diesem Bereich falls ihr mir irgendwie eine Einstellung in dem Bereich geben würde 20 Stunden Woche 30 Stunden Woche ich wäre euch sehr dankbar mich unterstützen könntet ihr auch mit eventuell mit einer Fotoausrüstung mit einer Kameraausrüstung besser gesagt mit einem Stativ vernünftigen Arbeitsschulen im Bereich mein Kanal bekannt machen ihr könnt auch jemals von Lager Cottbus ist ja bekannt so könnt ihr das jetzt gar nicht sehen ihr könntet auch mir Folien für mein Auto geben wo mich auf diesen meinen Kanal hinweisen kann den Kanal verbreiten ist ja sowieso klar mit vielleicht vernünftigen Warthosen damit ich mal einfach hier reingehen kann zum Beispiel oder in die Schlammgräben die ich ja noch reingehen will irgendwie muss ich ja irgendwie mal von was leben danke für die Unterstützung schon im Vorhinein der Rest liken abonnieren kommentieren was noch für die Möglichkeiten gibt schreibe ich unten in den Kanal in der Beschreibung danke euch so Leute angekommen wieder erstmal alle alle Menschen die sich für so Lebensgrundlage und Natur und Suche und eure Kinder befassen und denen es interessiert ich habe das schon öfter gesagt ich laufe jetzt hier gerade auf der Parakeisenbahn lang die sehr oft mit Kohlen befeuert wird also wer Ahnung hat kann sie ja mal unterschreiben ob das nicht vielleicht über Arbeitsschutz rechtlich bedenklich ist dann könnte man nämlich über Arbeitsschutz das verhindern dass die mit Kohlen befeuert werden die haben die schon mal erklärt haben natürlich auch Kriegwagen ohne Kohle feuer wir sind angekommen das sehen wir wir sehen heute ist nicht viel aber hier kommt offenbar nicht mehr viel nach ich erkläre es immer wieder hier wenn man das alles ausbaggert wurde wäre das kein Problem so und ich werde jetzt nochmal die Frage an die Umweltämter stecken so vorn vorne Frage ans Umwelt, an Cottbus, Frage ans Landesamt für Umwelt, Brandenburg und alle zuständigen Bereiche ich bin jetzt vor dem Brandenburg bevor der Graben im Brandenburg rüber geht könnt ihr auf Google Earth nachgucken wer es nicht weiß der ganze Graben ist da hinten hin links herum natürlich auch noch aber erstmal egal erstmal hier kommt die Rohre belegen den alten Wasserstand dort sind ungefähr 1,30 Meter tief also hier wer sieht das sind circa 1,20 Meter Schlamm warum wird dieser 1,20 Meter Schlamm nicht ausgebaggert warum wird deutsche Sprache schwierige Sprache trotzdem lassen wir weiterlaufen ich bin ja nicht perfekt warum wird dieser Schlamm hier nicht ausgebaggert und so wird auf diese Art und Weise Lebensraum für geschützte Tiere vernichtet danke das mit dem Gitter hatte ich ja schon an der Stelle gefragt dann bedenkt nochmal dieses Gitter bewirkt das bewirkt das die Fische teilweise geschützte Fische teilweise Molche teilweise geschützte Tiere wie Biber dass deren Lebensraum gefährdet wird und ich kann wohl und 2021 wurde ja schon der Lebensraum so stark gefährdet dass im Düsseldorfer Land alle Fische starben und so weiter danke für die Antwort so fertig die Dinger hört man schnell und wer dachte Möller ist da wo es oberflächlich nicht das geht das geht im ganzen Gitter bis unten runter bis unten durch deswegen ist hier auf der kompletten Fläche eine verringernde Durchflussmenge im hohen Bereich wer denkt na wieso das kommt da eh an dann muss da eh durch das wird dann mal höher nein nach rechts da hinten geht ebenfalls noch was ab dort ist der Zufluss vom Tierpark so es wird dann ja dumme ich kann also ich müsste eigentlich noch was anderes machen den Biber kontrollieren und die Tralitz aber zeitlich nicht mehr zu schaffen also nochmal abonnieren liken kommentieren bis dann